Liebe Fußballfreunde, willkommen auf Fußball4Fans. Heute müsst ihr entscheiden, welchen Bundesliga-Verein ihr von den dreien am besten findet. Alle Vereine aus der 1., 2. und 3. Liga. Schreibt deine Favoriten in die Kommentare. Dann geht's los, liebe Fußballfreunde. So, da haben wir Wolfsburg, Bremen und Osnabrück. Entscheide dich für einen Verein. So, dann geht's weiter zu den nächsten drei Vereinen. Jetzt haben wir, ja, Waldhof Mannheim, Eintracht Frankfurt und Darmstadt 98. Entscheide dich für einen Fußballverein. So, weiter geht's mit Augsburg, Ingolstadt und Heidenheim. Welchen Verein findest du besser? Schreibt nachher deine Favoriten in die Kommentare. So, weiter geht's mit Hertha BSC, Union Berlin, Hannover 96. Schreibt deinen Verein in die Kommentare. So, dann geht's weiter mit, was haben wir da? 1. FC Kaiserslautern, Ulm und Braunschweig. Welchen Fußballverein findest du besser? Wenn es euch Spaß macht, dann danke ich dir für ein Like und für ein Abo für Fußball4Fans. So, Magdeburg, Dresden oder Aue. Welchen Verein findest du besser? So, weiter geht's mit den Vereinen Palaborn, Münster und Werl. Welchen Verein findest du besser? So, liebe Fußballfreunde, weiter geht's zu den nächsten Vereinen. Jetzt haben wir St. Pauli, HSV oder Kiel. Welchen dieser Vereine findest du besser? So, dann geht's weiter zu den nächsten Vereinen. Jetzt haben wir Regensburg, Duisburg oder Sandhausen. Welchen dieser Vereine findest du besser? Und ich danke dir für ein Like für das Video. So, Leipzig, Hallescher FC oder Lübeck. Welchen dieser Vereine findest du besser? So, zu den nächsten Vereinen. Jetzt haben wir Hoffenheim, Wehenwiesbaden und Mainz 05. Welchen Verein findest du besser? Und wenn es euch Spaß macht, schaut euch mal meine anderen Fußballvideos an. So, jetzt haben wir Rot-Weiß Essen, Fortuna Düsseldorf oder Arminia Bielefeld. Entscheide dich für ein Verein. So, welche Vereine haben wir jetzt? Ja, Borussia München, Gladbach, Bayer Leverkusen und der 1. FC Köln. Entscheide dich für ein Verein. So, weiter geht's. Jetzt haben wir ja Hansa Rostock, Viktoria Köln oder Saarbrücken. Welchen Fußballverein findest du besser? So, liebe Fußballfreunde, weiter geht's. Jetzt haben wir ja Goethe-Fürth, Unterhaching oder Evelsberg. Entscheide dich für ein Fußballverein. So, zu den nächsten Vereinen. Jetzt haben wir ja VfB Stuttgart, SC Freiburg oder den KSC. Nur einen Verein. So, weiter geht's zu den nächsten Fußballvereinen. Oh, Borussia Dortmund, Schalke 04, VfL Bochum. Entscheide dich für einen Verein. So, liebe Fußballfreunde, die nächsten drei Vereine. Ja, 1860 München, FC Bayern oder den 1. FC Nürnberg. Entscheide dich für einen Verein. Ja, liebe Fußballfreunde, ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht. Schreibt deine Vereine in die Kommentare. Ich danke dir für ein Like und für ein Abo für Fußball4Fans. Bis dann, wir sehen uns. Tschüss. 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 Vielen Dank.